Auf der Suche nach Ihrem neuen Auto können Sie diesen Volvo sicherlich nicht übergehen. Mit dem Benzinmotor und dem manuellen Getriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. Auf der Zubehörliste dieses Autos finden Sie unter anderem eine Klimaanlage, Zentralverriegelung und Servolenkung. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem Volvo machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017